Herzlich Willkommen zu einer neuen Folge Minecraft Underwater Ich habe eine Krähe Ich habe 1 2 3 4 kristalle habe ich von 8 Ich gehe mal hier aus der Höhle raus Guck mal vorne oder ich gehe mal in das gefrostete Nein Hilfe ich bin gefrostet jetzt bin ich nicht mehr gefrostet oder Doch ich bin gefrostet jetzt bin ich nicht mehr gefrostet oder Ne doch bin immer noch gefrostet 1 2 3 4 5 5 verschiedene kristallarten habe ich die Zeit Was ist denn mit dem frost kriege ich da irgendwann Schaden Weiß ich nicht Oder macht es mich einfach nur langsam Frag noch mal das buch Collegia von Wurkring an die Grenzen Wir brauchen eine schwarze kristalle Solche Lila kristalle also pink lila wie auch immer Also so magische kristalle rote blaue grüne und gelbe Rote habe ich nicht blaue grüne 6 brauchen wir Ich habe 4 Ich brauche noch die lilanen und die roten Ach jetzt weiß ich warum frost weil hier Schnee ist Schneebium So Würde ich mir jetzt mal hier raus wieder Weiße habe ich weiße schon nähe Oder sind das graue näher Du musst einfach mal gucken hier so ein buch Da stehen die kristalle welche du brauchst Wo stehen die Äh guckst du ein buch Dann äh das 4 steps 4 steps Und dann rechts hast du diesen portal Du brauchst weiße Und orangen Ich habe mir fehlen nur noch die orangen Jetzt Okay Das heißt ich habe sogar fast alle Gold nehme ich mal immer mit Gold brauchen wir in Dermut anscheinend Ein bisschen Okay Lewis Ich wäre sogar fast wo Ich habe dich gefunden Ich war über dir Ich habe hast du diese orangenen Äh Ja habe ich Okay dann hätten wir Wie viel hast du da Aber 17 Aber ich würde weiter farmen noch Okay da hätten wir aber eigentlich alle voll oder Ja Ja wir hätten jetzt eigentlich alle Aber einfach nochmal so ein bisschen farm Ja damit wir nicht so schnell Nicht nochmal hier zurück müssen Leute hier ist ein großer baum Das ist ein blauer Okay Okay Ist nichts besonderes Hier in der Schlucht Hier sind doch Nein Oh Gott In irgendeiner Schlucht war ich schon Das weiß ich Ah das ist ein grüner Ich weiß nicht ob wir hier schon waren Hier ist nochmal ein Kristall Hier sind grüne und blaue Oh da ist ein Skelett Yoda ist ja Vielleicht nennen die Viecher jetzt so oder Nein da ist Yoda Nicht bewegen Und gar nicht hier Ah hier so ein blauer Kristalle Lass mich hier hin Ich finde die blauen Kristalle sehen schön aus Ja Das ist noch grün Gelb Spinner Na geil ich bin nager Bei mir ist nager Nager? Ja Den wollte ich jetzt hier nicht haben Ach Da haben wir uns anscheinend schon mal hoch gebaut Darf es? Hm Ich mir fehlt tatsächlich nur noch Amber Mir fehlt tatsächlich nur noch der Eine rote Aber ich finde diese rote Diese orangenen Dinger irgendwie nicht Wenn so alles außer die orangenen Ich finde die Ah hier ist nager Ja bei mir auch Sind wir weit von unserem Portal? Ja Kann sein ich weiß nicht mehr wo unser Portal war Was ist wenn wir unser Portal vergessen? Wie kommen wir dann zurück? Gar nicht Wie gar nicht? Gar nicht Aber hä? Ich will aber nach Hause Wenn wir unser Portal nicht mehr finden Können wir uns einen neuen machen? Nee Wir haben gerade keine Ressourcen dafür Sei denn du hast ja Ressourcen dafür Dios habe ich Dann kommen wir irgendwo in der Overworld raus Irgendwo Gut Weiß ich nicht Aber okay ich bin beim Portal Merk dir mal die Koordinaten Naja ich habe mit dem ja sowieso schon abfotografiert Okay Ich bin beim Portal Wie viel Orangener hast du? 39 Okay ich habe 20 grüne 43 blaue 36 gelbe 7 weiße und 24 schwarze Wenn wir uns das aufteilen können würde das jetzt reichen Sonst würde ich äh von Hä? Was? Scheiße Die Oda-Armee ist hier am Start Sonst würde ich sagen gehen wir wieder an die Oberfläche Ey wieso regne? Nein hier ist Schnee Ja da war ich auch Dass du bist dort wo ich war Nein bei mir sind aber noch Kristalle Okay Hä der hat ein Buch Hä der hat mir ein Buch getropft Ja knallt euch gegenseitig ab Also ich gehe wieder auf die Overworld okay? Äh ja ich würde nur dann wissen die Koordinaten Äh 66 Lauf einfach nach 66 Lauf einfach nach 66 Kommst du? Ja ich muss kurz hier rauskommen Ich stehe jetzt beim Portal Soll ich dich TP'n? Ja wäre nett Danke Ich habe ein Buch bekommen Okay Bist du es haben? Ja geh ins Portal Jetzt hat mir Baby Yoda mal gesch... Okay Ja Okay los gehts Okay Ich habe alle 6 Kristalle glaube ich Ja ich habe alle 5 Mir fehlt noch dieses Orangen Ja Orang habe ich 42 Ja das reicht Das reicht Dann bitte hier anlegen Klaus ja wieder mein Bub Egal Das ist meine Stimmt ja stimmt ja Ähm Okay was müssen wir jetzt machen Wir müssen jetzt dieses Taumanom Ich konnte dir mal ein bisschen was Dieses Taumometer Ja so Du machst jetzt die Kristalle hier rein In die Werkbank Wenn du noch von mir Brauchst du noch von mir was Irgendwelche Krippe Nö Ja du kannst noch blaue bekommen Ne habe ich genügend aber Ja kannst mir geben Das habe ich jetzt habe ich 62 Egal Die kannst du immer wieder rausnehmen hier noch Hm Jetzt Brauchen wir Gold Und ein So ein Glas Ja warte Gold habe ich übrigens 16 hier Kann ich gleich mal schmelzen Komm her Warte Ich will das hier schön einlagern Jetzt Stein weg damit Zombie brain Essen Hier so und hier so Tempo by reward Okay Der Moment ist gekommen Und Bumm Taumometer Cool Und jetzt guck mal Ich will komm nach Informationen über dich Ja Ach das Buch geht nicht Aber hier Ja Wenn Rechtsklick Ne Wie ging das nochmal Wie Warte mal Hier den Apfel Wie ging das denn nochmal Rechtsklick Ne geht nicht Warte Oh mein Gott Ja jetzt Wie Hier du gehst da drauf Dann leuchtet das und dann klickst du einmal rechtsklick Du have learned something new Da bekommst du solche dinge Aber das wurde geupdatet das sah mal anders aus Hier kannst du jetzt kannst du alles durchsuchen Das taumonomikon kannst du auch durchsuchen kannst du auch das taumometer durchsuchen Ja wir können uns gegenseitig mal wenn du mal hier untersucht das mal habe ich Okay jetzt schmeißen wir deins in Nicht aufheben Perfekt Du musst bisschen den Abstand halten Ich guck das seins jetzt Ne ich weiß nicht ich hab meins glaube ich Hä wir durften wo noch Ach stimmt Du musst den Abstand halten Dann kriegst du diese dinge Aber wie das jetzt geht Warte ich guck mir das Buch an Okay Abgeschlossen Stimmt completed Ah das war die Quest Und das hier auch completed Arcanenstein Oh Ach Und jetzt Ach das haben wir auch schon Completing Hier Oh Und jetzt kommt das schwierige Jetzt müssen Jetzt können wir so langsam können wir so braun Und wenn wir das braun dann darf das nicht überschwappen Weil dann kommt irgendeine Guffe raus die uns killt Jetzt wollte ich bloß mal so anmerken Jetzt brauchen wir Also du kannst hier halt damit so ziemlich alles Erlernen Oh mein Gott Oh mein Gott die Gold Alter Goldkiste Das bringt übelst viel Sneaken musst du Das gibt übelst viel Ja die anderen Spuren auch Die anderen Spuren auch Oh mein Gott Am Boss Am Boss Oh Alter das gibt ja übelst viel Hier Zaubertisch Den habe ich schon Und Bücherregale Ja das ja auch Hier das alles Ja du kannst damit so ziemlich alles 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 was funkelt kannst du Alter das ist ütiger diese Golddinger die Oha Das Gold das hat übels gegeben Warte mal zu kaufen Bischof Stein Ja Die Zäune vielleicht Stimmt die Zäune Kühe 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 Ja nun Dauers Zäune 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 kann ich nicht Ja doch Warte Wir haben Something New Okay Du hast jetzt über mir solche Dinger Habe ich dich Hör du auch Du auch Du hast solche So ein Dreieck 15 mal Du hast Bei mir auch Du hast bei mir so Menschen 15 4 So ein Herz 15 Bei mir hast du andere Dinge aber Bei mir hast du so eine komische Fackel Oder so ein Sperr was ist es 15 So was anderes 15 So ein Würfel 15 Und so welche Drei Menschen 4 Und du auch Drei Menschen 4 Okay Okay Komisch Mega komisch Okay ich würde sagen in der nächsten Folge befassen wir uns damit weiter Ja die Folge ist jetzt schon lange genug Leute ich würde sagen das war's für die Folge gewesen Wenn es euch gefallen hat Lass uns solche Wälder suchen Abonniert Aktiviert die Glocke um keine Videos mehr zu verpassen Wenn es euch gefallen hat Lass ein Like da Schreibt mir da in den Kommentar Bis zur nächsten Folge Und Ciao 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 Bis zum nächsten Mal Bis zum nächsten Mal just god Det Chico 跟我 Untertitelung des ZDF, 2020